Freunde, dieses Team USA spielt unfair. Ich kann es nicht anders sagen. Die haben gestern Südsudan mit 86 zu 103 weggehauen, haben schon im ersten Game gegen die Serben mit 20 Punkten Unterschied gewonnen, obwohl die Serben eins der Top-Favoriten sind auf eine Medaille, wenn nicht sogar auf Gold. Die haben Jokic, die haben Bogdanovic, die haben ein saustarkes Team und diese zwölf Jockel hier, die hier an irgendeiner Bahnstation in Frankreich stehen, haben bisher die Gruppenführung, haben sich jetzt schon vorzeitig qualifiziert fürs Viertelfinale und machen vor allem eine Sache, die unfair ist, nicht die Offensive. Ja, es geht mir nicht darum, dass da in der Mitte ein Curry steht, links KD und rechts LeBron und es einfach nur noch unfair ist, wie viel Scoring-Power da auf dich zukommt und wie viel Basketball IQ. Das ist nicht mal mein großes Problem mit Team USA. Das große Problem und das, was sie echt unfair machen, sie haben hier den ersten Übeltäter in Bermadebayo, dann haben sie hier Derek White und sie haben hier Drew Holiday. Die Defense und die Daumenschrauben, die sie den Südsudanesen angelegt haben in diesem Game, war einfach nur insane. So eine Defense habe ich lange, lange, lange nicht gesehen. Da kommen selbst die Kanadier nicht mit. Die Kanadier, die mit SGA, Lou Dorton und mit Dylan Brooks wirklich drei sehr, sehr gute Verteidiger haben auf den Wing-Positionen. Das ist noch Kindergarten gegen White, Holiday und Bermadebayo und teilweise auch AD. Aber ich fand vor allem das Match-up der beiden Guards mit Bam zusammen, fand ich unfassbar, will ich einmal erwähnt haben. Natürlich haben sie so viel mehr zu diesem Sieg bei gesteuert und wir reden jetzt auch einmal kurz ausführlich darüber. Erstmal, Jason Tatum hat gestartet, nachdem er im letzten Game tot gememt wurde, weil er gar nicht eingesetzt wurde, genauso wie Halliburton. Jetzt in diesem Spiel kompletter 360 quasi oder 180 von Steve Kerr eher lässt Tatum starten, lässt auch Anthony Davis starten über Joel Embiid. Diesmal war Joel Embiid der, der auf der Bank gechillt hat, der da so ein bisschen saß wie Marshall Lynch und gesagt hat, ey, I'm just here so I won't get fined. Er hört sich die ganzen Booze an von den Franzosen und chillt dann auf der Bank, hat die Hände in den Hosentaschen. Sowas habe ich auch noch nie gesehen, aber es war sicherlich abgesprochen mit Steve Kerr, dass er einfach nicht spielen würde. Ganz kurz zu Tatum, war jetzt natürlich dann nicht das Monster-Game von ihm, hat am Ende vier Punkte gemacht. Ich finde, bei Team USA geht es wirklich nicht groß darum, wer wie viel spielt. Du siehst zum Beispiel hier heute, dass die Bank viel besser war als die Starter. Auch hier muss ich einmal Bam hervorheben, der 18 Punkte gemacht hat bei 8 von 10, 2 von 3 Dreier getroffen hat, zusätzlich zu sieben Rebounds, zwei davon offensiv, ein Steal, ein Block, sorry, ein Assist, ein Steal, zwei Blocks. Überragende Performance von Bam mit das beste Spiel, was ich von ihm gesehen habe. Und dann von der Bank, wie gesagt, Derek White in Double Digits, Anthony Edwards in Double Digits, KD in Double Digits, Holiday und Halliburton haben nicht so viel gemacht, aber selbst die so effizient war. Halliburton schon bei Holiday jetzt ein bisschen besser fallen können, aber das ist das, was ich meine. Bei diesem Team USA ist es total egal, wer spielt, es ist total egal, wer scort, das sind einfach 12 so herausragende Spieler, dass du von Game zu Game von dem einen eine bessere Performance bekommst und im nächsten Spiel wird alles umgeworfen, neue Rotation, Embiid spielt gar nicht, Jason Tatum startet und dann ist es aber plötzlich die Bank, die alles zerlegt. Also du weißt es nie bei den USA, du weißt nur, dass das hier das talentierteste Roster ist mit weitem Abstand bei Olympia. Du weißt, dass die, selbst die Kanadier in den Schatten stellen, die schon mit einer Menge NBA-Power kommen, die stellen auch uns in den Schatten leider und die werden dieses Turnier zu 99,9% gewinnen. Also alles andere würde mich so krass überraschen. Nochmal ganz kurz, sie sind jetzt auch in den Standings schon als einziges Team in der Gruppe qualifiziert für die Quarterfinals. Shoutout aber an Deutschland und an Frankreich, die sich auch schon qualifiziert haben in der anderen Gruppe und in der Gruppe A hat sich Kanada schon qualifiziert und der Rest ist aber immer noch, müssen wir gucken, wer weiterkommt. Also Australien, Spanien, Griechenland bleibt dann die Todesgruppe, aus Gruppe B kann theoretisch noch Japan oder Brasilien sich qualifizieren und es kann sich theoretisch auch Südsudan und Porto, nee, Porto Rico ist glaube ich raus, nachdem die mit 40 weggehauen wurden von Serbien. Aber ich glaube Südsudan kann sich noch qualifizieren, wenn sie ein ordentliches drittes Spiel spielen. Das ganze Video ist ein bisschen all over the place, weil ich nehme es gerade direkt nach dem Spiel auf. Ich liebe diese Art von Olympia-Basketball einfach. Ich bin so ein riesen Stand von USA Basketball, dass ihr mich dann einfach in dieser Stimmung erwischt, wo ich alles erzählen will und gleichzeitig dann vielleicht zu wenig sage und manche Spieler nicht erwähne. Einen Spieler muss ich ganz klar erwähnen, nachdem ich dem im letzten Video so ein bisschen Unrecht getan habe und das ist unser Boy Devin Booker. Hatte ich schon eingeräumt in den Kommentaren, habt ihr vielleicht gesehen, dass ich einfach so ein bisschen die falsche Perspektive auf ihn hatte und auch heute in diesem Spiel, heute habe ich anders auf ihn geachtet und habe mir wirklich genau angeguckt, was er macht. Er hat zehn Punkte, sechs Assists vor allem, super stark, also sehr viel Playmaking übernommen und dann auch vier von sechs, eins von zwei, eins von eins. Also Booker gut gespielt, gute Defense-Sequenzen auch gehabt, wichtiger Part auf jeden Fall von Team USA. Er war in der Vorbereitung nicht besonders gut, aber jetzt in diesen ersten beiden Spielen bei Olympia war er gut und das muss ich auf jeden Fall einräumen. Wer komplett gesagt hat, I'm sorry, ist Steph Curry und auch der spielt bisher nicht so crazy Olympia. Drei Punkte, eins von neun, null von sechs macht hier den Franz Wagner, vier Assists, aber das Schlimmste war eigentlich, dass die Südsudanesen ihn gejagt haben. Ich will immer Südsenegalesen sagen, deswegen sorry, wenn ich immer kurz brauche, aber nein, Senegal ist nicht getrennt, aber Südsudan und Sudan sind getrennt. Die Südsudanesen haben Mismatch-Hunting betrieben auf Curry. Das war insane. Die mussten wirklich Curry vom Feld bringen, damit die Südsudanesen nicht die ganze Zeit scoren. Die hatten nämlich große Probleme zu scoren. Das sehen wir vor allem und da kommen wir wieder zu meinem ganzen Thema mit der Defense. Wenn ihr Gabriel, ihr möglicherweise bester Spieler, zwei Punkte in 27 Minuten, ey, die hat den aufgefressen. Jeder, der ihn in der Defense hatte, hat den so zugemacht, der hat kein Land gesehen. Das gleiche gilt für Jones, für deren Point Guard. Der hat zwar hier am Ende 18 Punkte, ey, diese 18 Punkte, ungelogen davon kamen mindestens 10 in Garbage Time. Diese letzten, ich will echt sagen, diese letzten 7, 8 Minuten vielleicht in dem Spiel, die sowieso nichts mehr bedeutet haben, da hat der so viel gescored und ich dachte mir dann schon, ey, das ärgert mich jetzt richtig, wenn ich später ein Video drüber mache, weil dann der Boxscore nicht das wiedergeben wird, worüber ich sprechen möchte. Drew Holiday, Derek White hatten den in Jail. I'm sorry, die haben den kaputt gemacht in der Defense. Und ich sag das nicht, um darauf rumzureiten, dass Jones irgendwie schlecht gespielt hat. Der spielt bisher super bei den Südsudanesen und hat auch im ersten Game gut gespielt und so. Aber nochmal, und ich verweise halt immer wieder auf dieses Foto, weil ich es so verbildlichen will, deswegen hat man solche Leute dabei. Deswegen hat man Holiday und White dabei und vielleicht auch deswegen keinen Jalen Brown. Einfach, weil du hier keine Stars mehr brauchst. Schon mal, das ganze Team ist stacked mit Stars. Übrigens, Jason Tatum springt hier, glaube ich. Sehen wir das alle oder steht der auf irgendwas? Aber hier, sein Bein ist in der Luft oder nicht? Sieht aus, als würde er hochspringen. Oder vielleicht steht er mit einem Bein hier auf diesem Geländer. Ist auf jeden Fall ein witziges Bild. Aber du brauchst quasi keine weiteren Superstars. Du brauchst wirklich Roleplayer, die komplett akzeptieren, ey, ich bin nur hier für die Defense. Und das sind White und Holiday und die hatten Jones einfach wirklich in a Headlock. Anders kann ich es nicht sagen. Ähm, ansonsten ganz kurz Südsudan. Ich will trotzdem ein paar Leute loben. Hier Omot, wo ich immer an das Pokémon denken muss. Aber der hatte 24 Punkte, 8 von 12. Cool, wo ich es hoffentlich richtig ausspreche, 6 von 10, 16 Punkte. Äh, Wenian Gabriel war nicht komplett nutzlos. Hat trotzdem seine 10 Rebounds geholt. Zwei davon offensiv. War halt einfach nur komplett rausgenommen mit den zwei Punkten. Hatte sieben Turnover. Also der war auf jeden Fall in der Hölle in diesem Spiel. Und Shayok hatte 12 Punkte. Aber das Krasse war, von der Bank so gut wie nichts bekommen. Nur von Thor und von Jock. Oder heißt er Jock? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, nochmal. Die Südsudanesen haben nicht mal so schlecht gespielt. Die haben nur einfach kein Bein auf dieses Feld bekommen. Das war richtig krass. Die USA haben die so zugemacht. Und deswegen heißt dieses Video auch, USA spielt unfair. Weil es eigentlich unfair ist, mit wie viel Talent die anreisen. Weil die sind nicht nur mit Abstand das talentierteste Team offensiv. Sondern eben auch noch defensiv. Und das macht sie halt so unschlagbar. Und ich will es nochmal betonen. Das hier ist die Bank von den USA. 14 von KD. 18 von Bam. Edwards mit 13. 6 von Halliburton. 5 von Holiday. Und nochmal 10 von White. Das sind so viele Benchpoints. Ich würde nicht wundern, wenn die Bank alleine wahrscheinlich fast den Südsudan outscored hat. Kommt nicht ganz hin. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist der King, LeBron James. Es ist unfassbar, dass er in diesem Spiel jetzt vielleicht das erste Mal wirklich nicht aussah, wie der ganz klare Number One Guy in diesem Team. Da muss ich sagen, es war wahrscheinlich das erste Mal seit der Vorbereitung und dem ersten Olympia-Game, dass ich nicht das Gefühl hatte, LeBron kontrolliert alles in diesem Spiel. Trotzdem hat er nach wie vor einfach die krasseste Aura auf dem Feld. Wenn er aufs Feld kommt, wird das Spiel viel besser. Er bringt viel mehr Playmaking einfach rein. Der Ball bewegt sich besser. Und du hast einfach das Gefühl, der Typ ist das gesamte Game über in Kontrolle. Er hat dann das ganze dritte Viertel, glaube ich nicht, doch, er hat das dritte Viertel gestartet, kam dann auf die Bank und dann haben wir ihn lange, lange, lange nicht mehr gesehen, bis er dann im vierten Viertel wieder reinkam. Und er ist einfach nach wie vor sicherlich der beste Spieler bisher gewesen bei Team USA. Aber heute will ich wirklich einen Emphasis machen, wie sagt man, betonen und ja, betonen einfach, dass White, Holiday, Bam, AD, teilweise Ant, der auch eine sehr starke Defense spielt, teilweise Booker, der sehr gut verteidigt, dass die wirklich mit ihrer Defense dieses Spiel mehr gewonnen haben und die Bank insgesamt, als jetzt vielleicht die Starter, wie man sie normalerweise eben kennt und beobachtet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über Curry geredet haben. Ich sage es einfach nochmal kurz. Nur drei Punkte, eins von neun, null von sechs. Das ist natürlich überhaupt nicht der Curry, den man möchte. Mismatch-Hunting betrieben von Südsudan. Aber Curry hat bisher noch nicht wirklich krass überzeugt in diesen ganzen Vorbereitungsspielen auch. und jetzt im ersten Game gegen Serbien, im zweiten Spiel gegen Südsudan. Also zumindest nicht, dass ich sage, boah, der hat alles zerlegt. Vielleicht war da ein Spiel dabei, wo er krass war. Aber ich habe das bisher auch gegen uns, gegen Deutschland in London, da hat er auch nur eins oder zwei von sieben oder so getroffen von der Dreierlinie. Also bei Curry läuft noch nicht so rund. Natürlich ist aber auch die gesamte Defense des gegnerischen Teams immer auf ihn konzentriert. Und er hat halt nicht das Warriors-System so um sich rum, wie er das normalerweise braucht, damit das Ganze funktioniert. Aber das wird auch noch kommen. Das war jetzt erst ihr zweites Spiel bei Olympia. Lass die mal im Viertelfinale, Halbfinale, Finale stehen. Da spielen die wahrscheinlich den geilsten Basketball, den wir jemals gesehen haben. Und ich bleibe auch dabei. Und es ist mir nicht, ist mir egal. Ich gehe gerne die Debatte ein. Aber dieses Team schlägt jedes andere Dream Team. Vor allem das 92er Team. Wenn ich da immer die Takes lese, das 92er Team würde das 2024er Team schlagen. Niemals. Niemals. Nicht mal ansatzweise. Das Shooting, die Athletik, die Defense ist so weit weg von dem, was 92 ging. Das Einzige, was die 92er sagen können, ist, sie haben den Big Man Vorteil möglicherweise. Und klar, ich will, aber ich will die auch erst mal sehen gegen Embiid, AD und Bam. I'm sorry. Das sind wirklich gute Verteidiger. Drei Stück davon. Die will ich erst mal sehen, dass die 92er Big Man denen so große Probleme machen. Und dann, wie gesagt, Shooting, Athletik, Transition. Das geht alles an 2024. Playmaking geht an. Naja, wobei Playmaking, Magic und Stockton sind schon tough. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, 2024 würde 92 das Dream Team kaputt machen. Aber egal. Das ist nur meine Meinung dazu. Ihr wisst, ich liebe Olympia. Ihr wisst, ich liebe jedes USA Basketball Team. Teilweise sogar mehr als die deutschen Teams. Weil ich einfach viel mehr mit diesen Mannschaften, will ich sagen, aufgewachsen bin. Und den deutschen Basketball echt erst so ein bisschen später dann so richtig intensiv verfolgt habe. Und ja, das war einfach gerade von mir alles, was ich über USA und so weiter sagen wollte, in einem Video zusammengefasst. Ey, ich hoffe, ihr habt einfach gerade eine geile Zeit. Ich hoffe, ihr genießt Olympia genauso wie ich. Ich gucke jedes einzelne Basketballspiel. Selbst Serbien gegen Puerto Rico habe ich mir heute angeguckt, obwohl das ein 40-Punkte-Blowout war. Aber ich bin komplett in diesem Olympia-Film. Und ich hoffe, mit den Videos kann ich da ein bisschen dazu beisteuern, dass ihr auch so ein bisschen, ja, einfach noch mehr Olympia-Content quasi habt. Yes, wir hören uns wieder am Freitag, Leute. Morgen kommt kein Video. Nee. Welcher Tag ist heute? Donnerstag? Doch, dann kommt morgen ein Video am Freitag. Entweder abends oder Samstagmorgen. Muss ich mal gucken, wie es genau am besten passt. Aber es kommen auf jeden Fall Videos weiterhin zu jedem deutschen Spiel, zu jedem USA-Spiel und zu jedem Game, was irgendwie Bock macht und sich besonders lohnt. Okay, ey, damit bin ich jetzt raus. Tausend Dank euch für den Support hier auf dem Kanal. Und wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis dann, not rein. Peace. Peace. Peace.